namaste schön dass du da bist wir schauen uns heute eine meiner absoluten lieblings anahata wie der name schon sagt anahata ein teil des herz chakras geht es um das herz und die herz öffnung für mich ist diese asana immer so ein stückart wie wenn das herz die erde küssen würde eine sehr herz öffnende hingebungsvolle asana mit der wir uns ganz 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 tief mit der erde verbinden weiten öffnen und eben wirklich erden aus einem richtig tiefen herzgefühl heraus auf körperlicher ebene ist es auch zum einen herz den ganzen schulter und brustraum und die lungen zu öffnen zu weiten gleichzeitig auch diese die stabilisierung aus der erde zu erfahren es macht die arme und die handgelenke stark weil wir hier so eine starke aktion wirklich in den armen haben es ist nichts wo wir komplett durchhängen auch ist es wirklich für den für den rücken das merken eine wunderschön streckende öffnende asana und es ist auch generell macht das so ein ja auf körper geist und seele so ein richtiges ah es öffnet es weiter weitet und das herz geht auf ich werde dir jetzt einmal zeigen wie wir normalerweise speziell in prana vinyasa in diese asana hinein kommen was es für möglichkeiten gibt damit zu spielen sei es durch ein leichtes pulsieren wie wir sind prana vinyasa oft machen oder eben auch durch ein body vinyasa wo wir ein körperteil noch weiter mit in diesen fluss mitnehmen oder auch ja sagen wir mal asanas die mit anahatasana verbunden sind oder die du auch ja anstelle von anahatasana praktizieren könntest wenn du zum beispiel probleme mit den schultern hast wenn das zu viel öffnung für dich ist für den anfang noch aber du trotzdem diese herz öffnung erfahren möchtest so lass uns das einmal anschauen im prana vinyasa ist es meistens aus dieser klassischen vier füßler position magia gasana aus kcq heraus wie die meisten es von euch kennen wir gehen mit den armen aus der länge der schultern raus also die arme bleiben schulter weit nach vorne ausgestreckt die füße zehn sind aufgestellt und surya pada und die hüfte ist über den knien und die hüfte bleibt auch über den knien wir gehen nicht weiter nach vorne und auch nicht weiter nach hinten das wäre in richtung ballastana die kindes position sondern wir bleiben mit der hüfte nach oben steißbein verlängert nach oben als hätte es luftballons an dem steißbein während das herz in richtung erde zieht ganz sanft nach unten kommt im ersten moment legen wir die stirn hier ab und schauen hier wirklich wie weit das herz nach unten kommt schauen dass die schulter nicht weg klackt sondern dass die hände wirklich weiterhin aktiv sind und dann kannst du als zweites kramer also als steigerung den kinn abstellen auf die erde und den blick nach vorne richten was ich sehr 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 liebe ist hier ganz leicht zu pulsieren was auch etwas ein bisschen korrigiert und es uns leichter macht gerade auf die schulter und den herzraum weicher werden zu lassen wirklich einmal nach innen ziehen und die wirbelsäule wieder ausräumen dann sanft nach unten uns richten wenn wir uns uns von energetischen von energetischen ausrichtung her anschauen dann schieben die hände in apana in diese nach unten gerichtete kraft in hastabanda ähnlich wie beim herabschauenden hund zieht hier richtig nach unten das brustbein schiebt in die erde verbindet sich mit der erde mit dem ganzen herzraum und die füße sehen verbinden sich mit der erde entgegen dem ganzen halt und stabilität samana die nach innen gerichtete zusammenziehen der kraft ist vor allem in den schulterblättern die so in den körper zurückziehen aber auch die bauchmittel die hier nicht einfach nur durch hängt sondern so ein bisschen ein gegenpol zur wirbelsäule gibt und die stabilisiert das heißt die bauchmittel zieht auch ein kleines bisschen nach innen was wir noch haben ist dass die arme ganz leicht in eine außenrotation kommen die oberarme auch nach innen ziehen ähnlich wie im herabschauenden hund dann wenn wir uns anschauen prana klassische ausrichtung aus dem herzen herauf öffnet sich weit über den ganzen herzraum das ist eine ähnliche aktion wie in der kobra diese weite des herzens hinein zu gehen dann haben wir viana das nach außen strebt vor allem hier über die schulterblätter die schlüsselbeine tschuldigung über den ganzen herzraum zieht nach außen und dann udana nach oben außen gerichtete kraft vor allem hier in den sitzbeinhöckern das nach die nach oben schieben aber auch hier aus den händen raus ist nicht einfach nur platzern und schiebt gleichzeitig nach oben und verbindet sich mit der erde das sind so die key actions aus dieser asana was wir für möglichkeiten haben speziell jetzt in prana vinyasa damit zu spielen oder eben auch und mit anderen abzuwachsen ist dass wir aus einem oder auch mit dem mit dem gesäß auf der erde und sie langsam nach vorne bewegen und wieder zurück als einfache variation um diesen herzraum die herzöffnung zu integrieren gleich geht natürlich auch von oben herab und diese weite öffnen und wir können hier natürlich auch direkt in einer das dann übergehen was noch an variationen natürlich bleibt ist noch ein stückchen tiefer zu gehen die fingerspitzen aufzustellen und wirklich den kopf den blick nach vorne zu wenden das ist für die meisten schon ganz schön vieles öffnet die schultern ungemein dann gibt es natürlich ein paar wird da in dem wir einen arm unter den anderen anbringen kopf auf der seite ablegen natürlich auf beiden seiten funktionieren und hier wirklich auch die herzöffnung gar nicht mehr zu sehr zur erde sondern zur seite zu bekommen und aus diesem leichten pulsieren raus ist mir unfassbar gut gefällt ist einen arm nach vorne zu nehmen zu weiten und den anderen als body vinyasa ausatmen immer zur erde einatmen nach oben man wirst wahrscheinlich schon gemerkt haben dass diese asana sehr verwandt ist mit unserem geliebten herabschauenden hund vor allem in der position der hände die wirklich in die erde schieben wenn wir das hier sehen hände sind aktiv gleich wie beim herabschauenden hund auch außerdem ist die asana mit der ausgangsposition maria yasana verbunden wo natürlich in dem moment die betonung wirklich auf der herzöffnung auf der schulter öffnung liegt beim einziehen und beim öffnen was aber auch eine wunderschöne möglichkeit ist um anahatasana zu praktizieren ist das stehende anahatasana indem wir die hände an den unteren rücken bringen entweder mit den fingerspitzen nach oben oder auch mit den händen zu fäusten gemacht noch mal mit den fingerspitzen indem wir uns gut erden aus dieser erdung erstmal in die länge kommen und dann die schulterblätter nach hinten unten ziehen und langsam in diese herzöffnung kommen hier das kinn in richtung brustkorb dass wir den nacken nicht zu sehr belasten und natürlich auch da mit dem herzen führend kann eine ähnliche position nach unten gehend stattfinden das ist anahatasana wie ich es liebe wie wir das normalerweise im prana vinyasa gerne einbauen ist eben aus dem vierfüßlerstand weitend und dann über die unterarme sanft nach vorne kommend knie lösend manchmal noch einen kleinen schritt mit den füßen nach hinten in das unterarmbrett und dann sanft zur erde ablegen entweder in die sphings oder in die cobra das wäre so einer der klassischen übergänge wie ich sie liebe und wie wir sie gerne praktizieren ich hoffe dass das für dich eine hilfreiche erklärung und übung von anahatasana ist und du mehr wirklich in diese unglaublich schöne herzöffnende qualität das bava das gefühl dieser asana hinein findest und es zu deiner asana macht für deinen besonderen ausdruck den kuss auf die erde die 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 die